Willkommen in der Schweiz, genauer in Altnacht-Staat. Hier fahren wir mit der steilsten Zahnradbahn, 48 Prozent ist die Steigung, hoch zum Pilatus-Kulm und dort erwartet uns eine Steinbock-Safari. Ich bin der weisse Guernet, ich war 25 Jahre Wildhüter, wir machen hier von Pilatus-Steinwild-Safari. Ich bin ein Pensionierter Ferster, gehe schon seit vielen Jahren auf die Jagd und darf hier minkaufen, hier den Steinbock-Safari. Musik Musik Das war's von unserer Steinbach-Safari auf dem Pilatus.